Willkommen zu Kaffeein. Hallo und alle. Heute sind wir vom Holen Räuberfang gefahren. Mal gucken, was es dort gibt. Ja, wir sind erst mal hier. Und hoffen, dass es uns gefällt. Ja. Gehen wir rein? Gehen wir rein? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Here they are, here they are. Oh, what? Oh, what? Fussball spielen, noch eins und auch so ein Spiel. Fussball spielen, noch eins und so ein Spiel. Fussball spielen, noch eins und so ein Spiel. Fussball spielen, noch eins und so ein Spiel. Und jetzt los. Rav, lass ihn doch da rausfahren. Raff, lass ihn doch da rausfahren. Raff, lass ihn doch da rausfahren. Raff, lass ihn doch. Es ist wirklich schön, ja? Gehle rückwärts, Raffel, geh zur Seite, Raffel, geh doch zur Seite, Zeit vorbei. So, jetzt sind alle Jungs mit Papa bei Trampolin, denen macht das riesig Spaß hier, ja? So, jetzt sind alle Jungs mit Papa bei Trampolin, denen macht das riesig Spaß hier, ja? So, jetzt sind alle Jungs mit Papa bei Trampolin, die sind alle Jungs mit Papa bei Trampolin. Die Jungs sind jetzt auf einer Rutsche und los! Papa ist auch dabei, ja? Papa! Guten Appetit euch allen. Und was habt ihr da? Für mich ist die Hilfe. Für mich ist die Hilfe. Jetzt wird Jael gegen Joshua. Aber die Fläche ist fertig. Los! Jael, Jael, Joshua, bleib dich! Warte, wo seid ihr? Stimmt, Joshua! Gut gemacht! Jetzt beraten wir den Turm für Raffel und Papa. Warte, auf die Plätze, fertig, los! Wo ist Raffel? Gut gemacht! So, unsere Jungs fahren jetzt, ja? Papa ist immer dabei, ja? Joshua hat Papa wieder überholt. Du bist zu schwer. Du bist zu schwer, deswegen. Du bist zu schwer. Das macht Spass, ja? Macht das Spass? Ja! 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 Joshua behal dich! Joshua hat Raffel überholt. Joshua wird euch Erste! Geh, Geh, Geh! Schnell, 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 schnell. Papa ist langsam. Nein, da verliert der. Schnell, 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 schnell. Wieso sagst du ihn nach links? Raufel wäre ich faszinierend über Hull. Fertig. Joshua ist erste. Joshua erste. Joshua war erste und Jair zweite. So, unser Ausflug ist heute zu Ende. Wo waren wir? Bei Räuberpark. War richtig schön. Hattet ihr viel Spaß gehabt. Ist richtig schön hier. So schöne Bilder überall. Alle sind schon müde. Papa auch. Und was sagen wir zum Schluss? Wenn euch das Video gefällt, dann gebt einen Daumen hoch und abonniert uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Ja, bitte abonniert unsere Kinder. Unterstützt unseren Kanal, dass es weiterläuft. Und tschüss. Tschüss. Joy. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017